Norddeutscher Rundfunk 2021 Seht mal! Ich bin ein schwimmender Schafzahn! Puh! Hm... Hm... Ducky, ich glaube, Spike fühlt sich ausgeschlossen. Ich kann nichts dafür! Ich kann schwimmen und Spike nicht! Ich bin ein Schwimmer und er nicht! Nein, nein, nein! Oh! Hallo, hallo! Hallo, Kleiner, so trifft man sich wieder. Wo ist denn deine Familie? Hallo, ich bin seine Mama. Wirklich? Oh, wie nett! Wissen Sie, Spike hat seine Eltern verloren und äh... Spike! So heißt der Kleine? Spike, Spike, Spike! Ja, jedenfalls gab es keine anderen Stachelschwänze im großen Tal und äh... Bis heute? Nun äh, ja. Da haben Sie ihn zu sich genommen. Genau. Das war sehr nett von Ihnen. Naja, es war nicht immer einfach, wissen Sie... Hey, ihr beiden! Oh! 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 Mama! Hab dich nicht so, Ducky! Schwimm einfach! Oh! Hm! Hm! Da fällt mir ein... Glauben Sie, es würde Spike Spaß machen, unsere Herde zu besuchen? Ja, ja! Besuchen! Tja, ich weiß nicht... Tja, ich weiß nicht... Nur für einen Tag. Er könnte... Nun ja, er könnte sehen, wie Saurier seiner Art leben. Oh! Äh... Was hältst du da von Spike? Guti! Guti! Ich bringe ihn wieder zurück, bevor die große Scheibe den Himmel verlässt. Kommt, Jungs! Hm? 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 Besuchsspaß! Und wenn es dir bei uns gefällt? Tja, dann kannst du vielleicht noch etwas länger bleiben. Wollen wir wieder im Wasser planschen, Ducky? Vielleicht später. Ja... Nein, nein, nein! Ja! Ja! Dann haben wir auf einmal diesen Baum entdeckt mit diesen herrlichen Blättern, die waren ja so lecker. Hey, aufwacht! Weißt du schon Neustes? Was ist denn? Die Stachelschwänze verlasst das große Tal. Viap, viap, viap! Viel Glück auf dem Weg. Nur keine Sorge, Spikey. Ich bin sicher, sie kommen eines Tages wieder. Spike! Tut mir leid, dass ihr gehen wollt. Wir hätten euch gern länger hier behalten. Ach, das ist halb so wild. Wir sind doch Wanderer. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber könnte er... Was? Ganz und gar nicht. Oh nein, ich meine, wir sind doch seine Familie. Ich werd ihn fragen. Möchtest du mit ihnen ziehen, Spike? Wir würden das verstehen, mein Kleiner. Ducky und ich wollen nur das Beste für dich. Wenn du dich so schwer entscheiden kannst, dann tue ich es für dich. Geh, geh, geh! Spaß, 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 Spaß! Mach's gut, Spike. Wir werden dich vermissen. Wir kommen bald wieder zurück, nicht wahr, Spike, wenn das weiße Bodenglitzeln wieder weg ist. Schon gut. Wir sehen uns schneller wieder, als ihr glaubt. Ich verstehe nicht, wie Spike seine Familie verlassen kann. Nein, 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 nein. Ich meine, wer ist denn dann seine Familie? Vorsicht, es ist glatt hier. Tippi, Spike trödelt nicht so rum. Tippi, Spike trödelt nicht so rum. Was ist denn da drüben los? Spaß, Spaß, Spaß! Es hat keinen Sinn. Der Sturm hat mir die letzten Kräfte geraubt. Ich kann nicht mehr. Oh, nicht weinen, Tippi. Wir finden schon Futter. Du wirst sehen. Oh, Spike, du weinst auch. Das tut mir ja so leid. Ich... Riechst du etwas, Spike? Riechst du etwas zu futtern? Glaubst du, du kannst es finden? Spike weiß, wo wir hin müssen. Los, folgt ihm. Ihm folgen aber. Er ist doch noch ein Kind. Was haben wir schon zu verlieren? Na dann, Spike. Zeig uns den Weg. Spike, warte auf mich! Du möchtest Spike wieder zurück haben, nicht? Ich würde auch nicht mehr schimpfen, wenn er mir keinen Platz im Nest lässt. Nein, nein, nein. Wenn er doch nur... Spike? Spike! Spikey! Na endlich, Spike! Liu. Tau, 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 Tau. Hoh! Tau, Tau, Tau. Tau, Tau. Du liebe Güte! Reicht das, reicht das für uns alle? Na ja, ihr... Aber natürlich, bedient euch. Ich hab schon gedacht, ich würde euch alle nie wiedersehen, Kinder. Ich bin ja so froh. Spike, pass auf! Spike! Oh! Spike! Oh nein! Spike kann nicht schwimmen! Hilf ihm doch! Mama! Sie hat ihn! Ja! 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 Das war meine Mama! Meine Mama hat das gemacht! Jap, jap, jap! Mama, du hast es geschafft! Du hast ihn gerettet! Aber natürlich, er ist doch mein Junge. Ich denke, es ist klar, wo Spikes richtige Familie ist. Wir werden dir ewig dankbar sein, dass du unsere Herde gerettet hast. Du kannst uns immer besuchen, wenn du willst. Nicht wahr, Tippi? Tippi hat Spike lieb! Ducky hat Spike auch lieb! Ab jetzt darfst du so viel Schlafgebummel machen, wie du willst! Ich werde mich nie mehr darüber aufregen! Oh nein, nein, nein! Aufh... Aufh... Onni!